Ein Volkswagen Passat steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem roten Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 112.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2012. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017